Hallo, hallo! Mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser magischen Folge erkläre ich dir in unter 5 Minuten, woran du toxische Menschen erkennen kannst. Let's go! Der erste Punkt. Sie hassen es, wenn du stolz auf dich bist. Also wenn du dich in irgendeinem Lebensbereich verbesserst, veränderst, dann macht sie das aggressiv, sie gönnen es dir nicht, sie wollen nicht, dass du dich gut fühlst. Und das ist auch schon der nächste Punkt. Sie hassen es, wenn es dir gut geht, weil sie denken, wenn es dir gut geht und ihnen schlecht, dann bist du irgendwie schuld daran. Oder warum geht es ihnen nicht genauso gut wie dir? Also dieser Neid und auch Missgunst, das ist maximal toxisch und deswegen aufpassen. Gerade im engsten Kreis sind oft Menschen, die dir bestimmte Dinge nicht gönnen. Vielleicht Materielles oder deine Beziehung, dein Aussehen, deine Bildung, was auch immer. Es gibt immer Menschen, die missgünstig sind, die neidisch sind, die einfach toxisch sind und die es hassen, wenn es dir eben gut geht. Sie zeigen das eventuell nicht offensichtlich, sondern verbergen das unter zum Beispiel enormer, aber künstlicher Freundlichkeit, dass sie sich bei dir einschleimen wollen. Aber du merkst sehr schnell, das ist nicht echt, das ist nur Fake und sobald sie sich umdrehen, reden sie sehr schlecht und böse über dich. Dann der nächste Punkt, sie hassen es, wenn du Freunde hast, wenn du Familie hast, wenn du gut vernetzt bist. Das hassen sie. Sie wollen lieber, dass du isoliert bist, dass du einsam bist, dass du niemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst, weil sie sich dann eben anbieten können als die einzige Anlaufstelle, zum Beispiel im beruflichen, aber auch im privaten Kontext. Stichwort auch Narzissmus, dass sie dich gerne isoliert sehen wollen. Sie wollen nicht, dass du mit anderen redest, mit anderen Freude empfindest oder irgendetwas Schönes erlebst, irgendwas gemeinsam unternimmst. Sie möchten das nicht und sie hassen das einfach. Also wenn jemand eine funktionierende Beziehung hat oder eine funktionierende Familie oder was auch immer, da sind sie sehr neidisch und sehr aggressiv. Womöglich zeigen sie das aber eben, wie gesagt, nur unter passiver Aggression. Der nächste Punkt, wenn jemand ambitioniert ist und Ziele hat, weil heutzutage alle machen so auf Opfer, mir geht es schlecht, weil XY. Ja und natürlich gibt es Dinge, die einen wirklich fertig machen können. Das kann ich aus eigener persönlicher Biografie heraus nur bestätigen. Aber ich meine jetzt diese klassischen Opfertypen, die wegen jeder Kleinigkeit irgendein Drama machen, Drama Queens, Drama Kings, sehr also geschlechtsunabhängig, die immer rummeckern, die immer nörgeln, die auch immer schlecht gelaunt sind und immer irgendwen brauchen, der ihre Laune nach oben zieht, die auch andere immer verantwortlich machen für ihre Gefühle. Auch permanente Schuldzuweisungen, Kritik, Vorwürfe, die können nicht normal sachlich argumentieren. Sie können nicht normal kommunizieren und einfach sagen, was sie möchten. Nein, sie müssen das immer so durch Intrigen machen oder durch manipulative Tricks und Spielchen. Ja, immer Force Energy, also richtig toxisch und ja, das ist auch sehr Sabotage mäßig, wenn da jemand die ganze Zeit an dir rumnörgelt, weil du eben bestimmte Ziele verfolgst oder was auch immer. Ja, sie gönnen es dir auch nicht, wenn du diese Ziele erreichst. Sehr, sehr toxisch aufpassen. Ja, dann auch prinzipiell, wenn du für irgendetwas Interesse hast, wenn du irgendetwas magst, wenn du Hobbys hast, ja womöglich reden sie dir das schlecht, ja sagen, das ist doch nicht wichtig, das interessiert doch keinen, das mache ich nicht, mir gefällt das nicht, wo man dann einfach sich so denkt, okay, du musst es ja nicht machen, so what the fuck, ja. Also es gibt sehr toxische Menschen, achte immer darauf, wie sie sich ausdrücken, was sie sagen und achte auch auf die Mimik, auf die Gestik, denn wenn die Worte und die Mimik komplett auseinanderklaffen, Stichwort auch paradoxe Kommunikation, stimmt da was nicht, ja. Wie gesagt, Fake-Lächeln, Fake-Friends, ja, gerade im engsten Umfeld immer aufpassen. Es gibt so krasse Menschen, die wirklich so bösartig sein können, aber vornherum so auf freundlich machen, hochgefährlich, hochtoxisch. Der nächste Punkt, wenn man unabhängig ist, wenn man beliebt ist, wenn man anderer Meinung ist, ich finde, das gehört alles zusammen, denn nur wenn jemand eine starke Identität hat, kann er auch beliebt sein und kann eine eigene Meinung vertreten und demnach sich auch verbal und womöglich auch physisch abgrenzen. Ja, sie hassen Grenzen, sie hassen es auch, wenn man Stärke zeigt, wenn man, wie gesagt, anderer Meinung ist, wenn man andere Perspektiven hat. Wenn man auch einfach mal Nein sagt, ja, das ertragen sie nicht, sie sind womöglich sehr übergriffig und wollen immer einem die eigene Realität überstülpen, wo ich mir dann denke, also du kannst ja gerne in deiner Leben, ich bin gerne in meiner, ja. Also aufpassen, immer so toxische Leute mit toxischen Vibes, negative Energie, achte da drauf, wie sie reden, was sie tun und wenn Worte und Taten auseinanderklaffen, dann ist allerhöchste Vorsicht geboten. In diesem Sinne, viel Spaß beim Abgrenzen von toxischen Energien und toxischen Mindsets. Ich gebe es Ihnen wieder. Ciao.